Kann nicht sein. Ich habe einen jetzt benutzt und hatte ich nur 10. Okay. Vielleicht hast du, äh, aus deiner privaten Welt dir ein Item verschafft, das dir 10 gibt? Weiß ich nicht. Also ich hatte das hier 110. Wir waren einmal in dieser Hülle und da hatte ich auch eins benutzt. Wo wir nach unten gegraben haben, weißt du? Ja. Oh, 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 oh. Oh, fuck, das ist okay. Vorsicht. Oh, what a chunk. Was hast du jetzt hier gebaut, Alter? Ja, das wollte ich nicht. Das war, weil der getroffen wurde von dem Scheißviech. So, oh, weg hier. Der wird weh tun, der wird weh tun. Nein, scheiße. Nehmer da, einmal, einmal. Kommt ihr da hoch? Oh, fuck, einfach. Oh, scheiße, oh, fuck. Oh, ja, geht. Ja, ja, Bauder, echt ein Gewürze. Okay. Achtung, zusammenbleiben, zusammenbleiben. Und jetzt hauen. Ach, nice. Ja, bei Würmern, auch nachher bei dem großen Wurm, einfach immer nebeneinander bleiben. Die ganze Zeit auf ihn einprügeln. So, wir haben noch 19 Leben. Ich baue die zu. Scheiße. Oh, das wüsste. Ja, danke, Louis. Ach, Entschuldigung. Äh. Gut. Multikill. Wollen wir weitergehen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar schnell, bitte. Geier. Ich hab nur noch 18 Leben. Äh, Lukas, der hatte vorhin auch einen aufgehoben, der hat der gedrobt. Hier, warte, ich geb dir den. Wen? So ein, hä, wo ist denn der jetzt? Den hast du denn aufgenommen? Du warst ein blauer Stern. Ja. Du weißt schon, die geben dir das direkt so. Das heißt, wenn du was benutzt, dann verlierst du. Das ist so wie, äh, die... Ach, ne, ja, deswegen hab ich auch Mana. Das sind die, die ich grad aufhebe. Die geben an 10 Mana, ne? Kann sein. Die geben dir gar kein... Die geben dir 100. Äh, aber... Also, die regenerieren nur 100. Die geben dir nichts. Ach! So, ja, okay. Das sind so regenerations. Ich dachte, die geben einem mehr, okay. Ne, ne. Scheiße, weg hier. Das sind so wie die gebrockene Herzen, meinst du? Ja, genau. Warte, hier, Rico. Ey, Rico, hier, warte. Also, es zorten. Komm mal hier raus, erst mal. Ah, Lukas. Lukas, sehr gut. Ja, ich... Was soll ich denn machen? Ja, warten. Ja, aber... Oh, jetzt, er geht ja. So, kommt ihr da hoch? Ja. Müsste eigentlich klappen. Ich löte, die Bäume nervenvoll, ne? Ah! Scheiße. Oh, okay. Mach das weg, mach das weg. Lass erst mal einen Baum fällen. Neue macht's auf die gemütliche Variante, ne? Ja. So. Ich geh dann schon mal Abenteuer erleben. Nein, Spaß. Aber die Wüsten, ne? Ich trau denen nicht. Weil ich verbinde die mit Schmerz. Toll, irgendwer von euch hat ein Geier angeschossen. Das nicht. Das Greenpeace Seed, ne? Gibt's doch nicht. Ja, ne? Dass wir hier mit MGs auf, äh, alte Geier schießen. Ja, normal. Gib ihm. Naja. Ja, lauft ihm mal wieder vor. Na, machen wir doch schon. Ja, ne? Ich. So, warte. Alter, guck mal, das hasse ich an Wüsten, ne? Diese Löcher hier. Alter, wenn du da reinfällst. Ja. Also, das war ein bisschen verkackt, ne? Oder du fliegst einfach hoch. Äh, ja. Hä? Nein. Brauchst du nicht hoch. Ich klaue deine Bottle. Ja, bringt dir ja nichts. Du machst ja nur einen Doppelsprung. Ja, aber wenn du runterfällst, kurz davor machst, bringt das ja. Achso, nee, ja, nee. Ich meine ja nicht wegen dem Fallschirm, sondern ich meine wegen dem da rauskommen. Wenn die hier mit drauf rumhüpft, dann kann ich das nicht bauen, ne? Doch, kannst du. Merkst du doch. Dauert noch ein bisschen länger. Weißt du was? Ich mach das einfach hier. So. Wie viele Pilze hier sind, ey. Ja, die brauchen wir für Zaubertränke. Kommt ihr einmal. So. Toll. Toll. Ich bin Winn. Ach ja, wenn wir jetzt noch einen Meteoriten finden, ne? Dann haben wir Epic Winn, Alter. Ja, hol den Stern. Ja. Ich hab jetzt wieder vier. Aber ich kann jetzt schon fünfmal den Strahl machen. Das ist ja zu heftig, ne? Warte, Auge. Auge. Oh ja. Scheiße, wir brauchen immer noch Scheiße. Wir hätten jetzt eigentlich den Boss machen müssen. Egal, suchen wir uns die Co-Option und machen das schnell. Wir müssen unbedingt ein Alter haben. Jetzt ganz schnell. Da ist die Co-Option. Sauber. Dann hau rein, Lukas. Okay, pass auf. Und wir können uns... Ne, warte, bevor wir ein Dings machen, lass uns erstmal mit einem Wurm anfangen. Weil wir jetzt eh schon in der Co-Option sind, weißt du? Wenn wir an dem sterben, dann können wir das Auge immer noch zu Hause machen. Nur nicht hier rein. Hier ist ein Loch. Boah. Da fliegt ein Stern, der war ein Herz. Los rein. Wow, was geht denn hier? Der ist tot. Okay, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Boah. Musst du mich mal im Heal'n? Da heal' dich mal ein bisschen schneller. Okay, hier unten können wir. Hier sind Altar und ein Herz. Los, 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 los. Das ist nichts. Du brauchst erst mal ab, Warte aber bitte. Ja, ja. So, wir nehmen... Da ist ne goldene Kiste, ne goldene Kiste. Oh mein Gott, wie geil. Und, Jungs, ich hab hier ein suspicious looking eye gebaut, ne? Perfekt, los, mach, 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 mach. Ne, ne. Wir machen jetzt erstmal hier die Augen... äh, die Ops kaputt, damit ein Wurm kommt. Okay. Okay, pass auf. Da kommt einer. Ja, ich rede von richtigen Wurmen. Der ist da. Der ist da. Der ist so ein kleiner. Wenn Rico den Großen erstmal sieht, dann... Fuck, ich bin gleich tot, Alter. Hau ab da. So. Jetzt kann schon mal nix mehr passieren. Wir haben jetzt das Ei. Das heißt, das Auge können wir auf jeden Fall gleich hinrichten. Nice. Wow. Vorsicht. Ja, wirfst genau auf mich, du Asi. Du stirbst nicht von meinen Sachen. Ja, trotzdem. So, war da was drin? Warte. Äh, Wardleaf. Warte. Ne, das ist... Rotten Chunk. Band of Star Power. Nice. Jungs, hier ist das ne... Und hier ist noch ein Live-Quiz. Ey, Kollege, das ist für dich doch was, ey. Das macht das maximale Mana höher. Ach so, nice. Okay, warte, machen wir gleich. Ey, hier ist noch ein Live-Quiz. Und noch so ein Orb. Kann ich den Live-Quiz? Oder ne, gib erstmal Rico den rein. Pass auf, okay, pass auf. Wir haben jetzt zwei Stück. Wir warten erstmal noch weiter ab, würde ich sagen. Komm mal her, hier. Ich mach uns mal so ein bisschen Licht hier rein, ne? Ja, warte. Ihr solltet vielleicht von dem Loch... Ja, da war doch bestimmt noch mehr bei dem Orb, oder? Ne, dann war das nur dieses Band of Star Power. Ja, ist aber auch egal. So, jetzt kommt, jetzt kommt, glaube ich, wieder der Boss. Wer will rein? Ist du? Da fehlt noch was, ne? Der kommt alle mit. Wir müssen auf einem Punkt bleiben. Feier den Soll. Um. Screams. Off-Light. Was? Ne. Orb-Off-Light. Ja, das ist scheiße. Das ist kacke. Das ist so eine Kugel, die hinter dir her schwebt, die leuchtet. Nein. Das ist die Leute... Riko wurde eingebaut, super gut. Scheiße. Der hat mich da runtergeschoben, mir, ey. Tut mir leid. Ich geh schon mal suchen, ne? Ich komm, ne. Alter. Er kommt jetzt nicht, der World Eater. Ne, der kommt, pass auf, der kommt jedes dritte Orb. So, jetzt haben wir zwei zerstört, das heißt, jetzt muss er kommen. Riko, fass, ey. Ey, Jungs, hier sind... LOL, hier sind noch drei Orbs, alle nebeneinander. Lass dich, ich hab fest, nein. Oh, was war das denn? Jungs, hier sind drei Orbs nebeneinander. Nice. Hau mal einen rein, Alter. Dann macht ihr mal. Dann macht ihr mal. Jaja, du hast ja auch was davon. So, okay, pass auf, jetzt wird's, jetzt wird's interessant. Eater of Worlds, Eater of Worlds. Scheiße, ich hab Angst. Wazer, komm her, hier. A meteorit has landed. Ich komm nicht raus. Ah, ich zeig dir Tankfest. Leute? Das schaffst du schon. Ja, fast. Nice, wir haben ihn kaputt gemacht. Jetzt alles kaputt machen. Nein, wir hätten vorher die Herzen nehmen müssen. Sammle alles auf, spring da einmal rein noch. Einmal noch reinspringen. Nice. Warte, ich hab ihn. Nicht. Ja, der wird sich jetzt noch ganz oft zerteilen, aber egal. Wir haben Dämonit. Boah, Jungs, das war Hammer. Nein, ich weiß, der ist nur noch ein paar Blöcke lang, Alter. Egal. Scheiße. Scheiße. Warte, warte, warte. Ey, warte, warte, warte. Ey, warte mal, ey, bitte in dem Haus. Wir haben nämlich irgendwas cooles. Das hat nämlich die eine Orbs da gehört. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, warte mal. Band of Star Power, Power? Man, das ist die Band of Star Power, Digga. Ja. Okay, nice. Erstmal, Jungs, jetzt. Nochmal Plus. Ey, Jungs, 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 Jungs. Ganz schnell, ganz schnell. Kommt hierher. Achtung. Moment. Kommt her, hier. Kommt auf die Fläche. Kommt auf die Fläche, rechts. Los, 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 los. Rico, komm. Ja, ich bin unterwegs. Ja, Mann, das ist so geil. Kommt her, hier. Immer in die Pupille schießen. Ich glaub, das bringt Crits. Lol, Alter, wie wir das platt machen werden. Aber guckt mal seinen Life an. Und gleich wird sich verwandeln. Rico, du musst auf die Kampffläche kommen. Sonst bringt das nichts. Wir können dir nicht helfen, Sar. Scheiße. Ich brauche das Herz. Lol, Alter, ich greife ihn einfach mal mit dem Zauberstab an hier. Jetzt, jetzt, rauf, 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 rauf. Nice. Oh. Nice. Ich brauche, gib mir mal deinen Shadow Scale und das Demonite Ohr. Bitte. Hier, Demonite Ohr. Rico, geh mal weg. Und jetzt nochmal das Shadow Scale, diese lilanen Bälle. Ich packe das eben in die Kiste. Ja. Wollen wir jetzt einen Tank machen, oder wollen wir die Herzen jetzt immer verteilen? Verteilen. Ja, okay, gut. Pass auf. Rico kriegt jetzt eins. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. So. Scheiße, ich habe dir beide gegeben. Gib mal eins her. Warte. Mit, äh, rechtsklick, nicht mit links. So. Und rechtsklick, ja. Ja. Gut. Hier zugeworfen. Dann kriegt Razer das nächste. Gut. Quickstack Dämonite Barren. So, ich habe jetzt hier in die Kiste das Demonite Ohr reingepackt. Band of Star Power. Ja, geh mal ja rein. Geh mal weg davon. Ja, Band of Star Power kannst du benutzen, habe ich schon. Ähm. Demonite Ohr. Was? Guck mal mein Ohr an. Ja, das leuchtet voll wenig, finde ich. Das ist voll scheiß eigentlich. Ja, es ist auch. So, was wäre mit 16. Aber es ist ganz cool gleich vielleicht die Sterne. Jungs, Jungs, Jungs. Ich kann, äh, ich kann schon The Breaker, Nightmare Pickaxe, Light's Bane, War Axe of the Night. Oh, der Breaker ist geil, den würde ich gern haben. Ja. Das ist der Hammer, oder? Ja, das ist der Hammer. Aber, ja, pass auf. Du kriegst den Breaker, und wir kriegen ne Hammerx. Na, das ist unfair. Naja, das ist demnig. Lass erst mal warten. Ja, ich pack wieder in die Kiste, ne? Lass nochmal losgehen. Ey. Hast du nur ein Auge gemacht? Ähm, ja, ich hab, ich hatte nur noch, also mir fehlen noch zwei Linsen, dann kann ich noch eins machen. Ach ja, tu mal dein Shadow Scale, das sind diese lila Nebelle, auch in die Erzekiste mit rein. Ich hab keinen Shadow Scale gehabt. Was? Lila ne, ne, ich hab nur Elfstone Block. Ja. Ich hab sonst nur dieses Star Power Band, das hab ich da reingetan. Da hab ich da reingetan. Aber ich hab auch nicht alles gedrofft, weil mein Inventar voll war. Ja, wer hat da Glas Bowl reingetan? Das kann ich nicht in die Blockkiste und Meteorit, wer hat das da reingetan? Ich nicht. Wer hat da keinen? Gehört auch nicht in die Blockkiste. Nur Blöcke. Ach, äh, Lukas, da ist immer noch in der goldenen Kiste für dich ein Star Power Band, das macht deine Mana Höhe, ne? Ja. Wie gesagt, ich hab immer noch eins. Ach so. Also ich brauch das nicht, ich hab schon eins. Ey guck mal, jetzt kann ich so oft den machen. Nice. Guck mal, ich kann, ich kann leuchten. Cool. Ich kann, ich kann leuchten. Ich kann, ich kann leuchten. Ich leuchte. Warte mal, ich muss irgendwie, da ist noch ein Trang. Warte mal, äh, Kaptus. Alter, ihr müsst nochmal Quickstack an der Pflanzenkiste, ich hab da jetzt noch ganz viel Zeug rein. So, wo ist jetzt die Blockkiste? Was ist die Pflanzenkiste? Das ist die zweite von rechts. Oh, ich kann auch einen Meteorit-Barren machen. Cool. Riko, geh mal einen kleinen Schritt zur Seite, ich komm nicht auf die Kiste. Loll, unheilige Arrows. Unholding Arrows. So. Wo ist die Erzkiste? Ganz links. Riko, möchtest du das Man of Star Power haben? Was bringt mir das? Mana. Ja, ich hab, wofür brauche ich Mana? Ey, wir brauchen deine Accessoires. Meine Accessoires? Accessoires, ja. Ja, dann machen wir gleich eine zweite Blockkiste. Stellen wir einfach gleich daneben, ist okay. Ich hab jetzt einen Stern Mana. So, das ist hier die zweite Blockkiste, Achtung. Scheiße. Nein, ist es nicht. Und bei irgendwem rauscht's. Bei mir nicht. Ich hör's nämlich auch. Leute, bei mir ist jemand am Staubsaugen. Wisst ihr was? Lass uns hier erstmal pausieren, die Aufnahme. Jetzt sind wir mitten auf dem Höhepunkt, haben hier richtig viel gemacht. Und beim nächsten Mal, damit wir immer noch Bock haben, machen wir weiter. Ja, dann geh ich erstmal im Essen, okay? Gut, dann sag mal bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.